Es gibt Leute, die mobilieren nur noch nicht als Arquette, sondern stellen sich aufs Mund an, gibt es zusammen Schieben und Helden zwischenführen und ein Kreuzhüter Biefahr. Die können von niemandem was machen, wenn sie nicht rechtzeitig an den Sieben ankommen, an den Krieg des Streits. Also auch bei der Umstreit muss Lufthansa für ausgefeilten Mühe der Einsatz anbieten, aber achtet nicht auf die Ausstattung, die im Feriengebiet zeigen werden. Vielen Dank.